Die komplette Palette Die komplette Palette Die komplette Palette Die komplette Palette Donnerstag, die Sonne scheint, Tag 16 Leute, werden diese Geräte herangeschraubt Bauschilder, naja, Projektschilder Sandwichplatten, schwer recycelbares Zeug aus Kunststoff und Schaumstoff Die werden jetzt aufgewertet Mal bitte! Schön in der Bühnenmitte Zwei Drittel vom Dach ist gemacht Sam und ich sind hier oben, da unten bauen André und Timo die Fenster, der Rückfront ein Ist eigentlich ein ganz schöner Tag geworden Die großen Regenwolken ziehen an uns vorbei Fenster Schwer Geil! Das ist kein Dreck auf der Linse, das ist Dreck auf den Fenster! Es ist so was wie ein Besucherrekord. Es sind gerade 8 Leute, habe ich mich mitgezählt, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall brummt's heute. Die Rückfront wird heute noch fertig. Ein Bautrupp kommt die Wände an. Ich mache zusammen jetzt noch das Dach fertig. Mit ein bisschen Glück schaffen wir es in den 2,5 Stunden, die es noch Sonnenlicht gibt, und das Ding bleibt nicht dicht zu machen. Das ist ein Bautrupp. Das ist ein Bautrupp. Das ist ein Bautrupp. Das ist ein Bautrupp. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020